Pet Recycling? Ich? Immer? Okay, ausser jetzt so beim Lunch, aber es hat ja auch keine Petbox in der Nähe. Und wenn ein Abfallkübel war, dann rühren wir es halt einfach dort rein. Ich meine, Zeit zum Ume-Recycler habe ich jetzt eigentlich immer. Leere Petflaschen sind kein Abfall. Man kann sie meistens auch im Büro recyceln. Pet Recycling geht immer.